Medikamente in der Schwangerschaft. Was für ein super wichtiges Thema. Welche Medikamente darf ich eigentlich bedenkenlos einnehmen und bei welchen muss ich mir Sorgen machen, dass mein Kind Schaden nimmt? Ja, das Kind kann durch Medikamente Schaden nehmen, denn es ist ja an deinen Blutkreislauf angeschlossen. Das heißt, alles was du nimmst, zum Beispiel eine Tablette schluckst, wird ja aufgelöst und kommt dann letztendlich in deinen Kreislauf und der Kreislauf von dir ist ja über die Nabelschnur angeschlossen an das Kind. Das Kind kriegt eigentlich auch die Medikamentendosis ab, die du dir selbst verabreißt. Natürlich dazwischen ist die Plazenta geschaltet, also der Mutterkuchen, der auch schon eine Filterfunktion für solche Giftstoffe hat. Nichtsdestotrotz gibt es Medikamente, die auf das Kind übertragen werden können und die dem Kind vor allen Dingen in der frühen Schwangerschaftswoche auch extrem schaden können. Das berühmteste Negativbeispiel ist sicherlich Kontergan, ein Beruhigungsmittel, was in den 1960er Jahren verabreicht wurde, auch vielen Schwangeren verabreicht wurde und was extreme Nebenwirkungen hatte hinsichtlich der Embryonen, die bei schwangeren Müttern im Bauch waren. Es hat nämlich zu extremen Fehlbildungen, auch besonders der Extremitäten geführt, wodurch dann solche Bilder hier entstanden sind wie diese. Das war sicherlich so einer der ersten großen Knackpunkte, wo man gesehen hat, okay, wir dürfen Schwangeren einfach nicht jedes Medikament verabreichen, was wir wollen, denn es könnte möglicherweise tatsächlich auf das Kind übertragen werden. Und vor allen Dingen in der Embryogenese, das heißt in der Entwicklung des frühen Kindes Fehlbildungen machen oder sogar letztendlich zum Tod des Embryos führen. So ist heutzutage die Devise, so wenig Medikamente einzunehmen, wie nur irgend möglich. Natürlich gibt es chronische Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes Mellitus, Bluthochdruck oder psychische Erkrankungen wie eine Schizophrenie oder auch eine Depression, wo man einfach darauf angewiesen ist, auf diese Medikamente, um gesund zu bleiben. Und es gibt natürlich auch so Akutsituationen, wo man sagt, okay, jetzt habe ich Migräne oder extrem Kopfschmerzen. Ich bin super erkältet. Darf ich jetzt ein Nasenspray nehmen, ja oder nein? Ich habe einen bakteriellen Infekt. Was ist mit einem Antibiotikum? Diese Fälle gibt es natürlich auch und das besprechen wir heute. Was kann man in so Akutfällen nehmen? Was muss ich beachten, wenn ich chronische Medikamente einnehme? Was muss ich meinem Arzt auch sagen? Und wie kann ich mich selber dafür schützen, dass mein Kind geschützt ist? Und bevor wir starten, müssen wir natürlich sagen, es ist extrem schwierig, da natürlich Daten zu erfassen. Es ist absolut unethisch zum Beispiel zu sagen, die eine schwangere Frau kriegt jetzt mal Medikament XY und die andere Frau kriegt es mal nicht. Und wir gucken mal, ob dieses Medikament jetzt dem Feten, also dem Kind, schadet ja oder nein. Diese Art von Experimenten gibt es natürlich nicht, weil es absolut unethisch ist. So basieren all die Erfahrungen, die wir haben, einfach auf Langzeitstudien, dass man gesehen hat, okay, dieses Medikament gibt es jetzt schon 20 Jahre und es gibt da jetzt so und so viele Fälle, wo die Frau das Medikament eingenommen hat und so und so oft ist was passiert oder eben auch nicht. Das heißt, alle neuen Medikamente, die jetzt so in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, da ist natürlich der Erfahrungsschatz extrem gering und deswegen versucht man da auf ältere Medikamente umzusteigen, wo man weiß, okay, da sind wir relativ sicher, da passiert nichts. Und so ist natürlich die Datenlage auch immer so ein bisschen lückenhaft, weil man eben überhaupt keine richtigen Studien machen kann. Gott sei Dank. Und da haben wir gleich den Übergang und können gleich diese chronischen Erkrankungen einmal abhaken. Da ist es ganz wichtig, sobald du einen Kinderwunsch erwägst, sobald du sagst, okay, jetzt könnte ich mal schwanger werden, jetzt habe ich Lust, dass du das mit deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen auch gut absprichst. Denn möglicherweise nimmst du da ein Medikament ein, zum Beispiel ist Epilepsie so ein Klassiker. Da gibt es zahlreiche Medikamente gegen Epilepsie, das heißt, um so Anfälle eben zu verhindern. Und diese eine Medikamentensparte darf man auf gar keinen Fall geben in der Schwangerschaft. Und da gibt es aber so andere Präparate, die könnte man schon nehmen, denn die, da hat man gesehen, sind nicht gefährlich. Und da kann es sein, dass du einfach umgestellt wirst auf das andere Medikament, wo man mehr Erfahrung hat, bevor du schwanger wirst. Denn eine Umstellung so in der Schwangerschaft, wenn man eh schon einen anderen Hormoncocktail hat und da vielleicht doch so einen Anfall triggert, das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen, wenn du sagst, so ja, jetzt kann ich langsam losgehen mit dem Kinderwunsch, das auf jeden Fall mit deinen zuständigen Frauenärzten absprechen. Auch ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Bluthochdruck. Da gibt es eine riesige Palette von Medikamenten, die man gegen so einen Bluthochdruck nehmen kann. Und es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Auserwählte, die man in der Schwangerschaft auch nehmen kann. Und da ist es auch eben wichtig, wenn du jetzt schon immer einen Bluthochdruck hast und da diese und solche Medikamente nimmst, das ist auf jeden Fall vorher deinem Gynäkologen zu sagen. Und der sagt dann im Zweifelsfall, okay, das müssen wir umstellen und müssen erstmal gucken, dass der Blutdruck sich gut einpendelt. Und dann kann es losgehen mit der Schwangerschaft oder mit dem Kinderwunsch. Das sind so die chronischen Stolpersteine, die wir haben. Aber jetzt sagen wir mal, du bist schwanger und jetzt hast du akut Symptome. Und jetzt ist die Frage, darf ich das, darf ich das nicht? Wie komme ich da irgendwie auf den richtigen Zweig? Und wir besprechen heute natürlich nicht alle Symptome auf der Welt, die es gibt, sondern nur so die Klassiker, die in der Schwangerschaft einfach immer und immer mal wieder vorkommen und starten auch ganz klassisch mit Schmerzen. Ob das jetzt Kopfschmerzen sind, Rückenschmerzen, Gliederschmerzen, alle Arten von Schmerzen. Da gibt es natürlich auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Ursachen oder Herkunftsorten von so Schmerzen. Aber wir besprechen jetzt, was kann ich machen, um irgendwie meine Schmerzen zu lindern. Und auch hier, wie bei allen folgenden Symptomen und Erkrankungen, die wir nennen, gilt die Devise, versucht es irgendwie so in den Griff zu bekommen, ohne jetzt gleich zur Medikamentenschachtel zu greifen, sondern wenn ihr Kopfschmerzen habt und ihr wisst, ich habe heute wenig getrunken, dann versucht zu trinken, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Versucht es irgendwie so hinzubekommen oder auch, wenn ihr jetzt Migräne-Patientin seid und ihr wisst ganz genau, okay, jetzt brauche ich es dunkel, jetzt muss ich die Augen zumachen und vielleicht geht es dann schon wieder ein bisschen besser. Also versucht irgendwie, es auf die Reihe zu bekommen, ohne Medikamenteneinnahme. Und nur wenn es wirklich gar nicht geht, wenn ihr sagt, okay, jetzt brauche ich irgendwas, sonst komme ich überhaupt nicht mehr zurecht, dann könnt ihr natürlich auch gerne zu Medikamenten greifen. Und bei den Schmerzmitteln ist der Klassiker seit Jahren Paracetamol. Paracetamol darf man von Woche 1 bis Geburt quasi immer nehmen. Es hat nachweislich ganz, ganz, ganz gute Daten und wenig Nebenwirkungen, die zum Beispiel auf das Kind übertragen werden oder auch Nebenwirkungen, die dich betreffen. Deswegen Paracetamol ist so das Erste, wozu man greifen würde. Auch wir greifen dazu als erstes in der Klinik, wenn ihr Schmerzen habt. Zweite Klassiker bei Schmerzen, das kennen wir auch alle, ist Ibuprofen. Ibuprofen darf man auch in der Schwangerschaft nehmen, aber nur in den ersten zwei Trimneons, also in den ersten zwei Schwangerschaftsdritteln. Im letzten Drittel darf man das nicht, weil da gibt es am Herzen vom Feten ein Gefäß, was offen bleiben muss. Und wenn das sich schließt, ist das nicht gut für den Feten im Bauch. Deswegen darf man Ibuprofen quasi nur im ersten zwei Schwangerschaftsdritteln einnehmen. Aber das auch bitte nur nach Rücksprache mit euren zuständigen Gynäkologen. Da ist Paracetamol doch das Mittel der ersten Wahl und Ibuprofen. Erst der zweiten Wahl. Ähnliches gilt, beziehungsweise eine komplette Ausnahmestellung hat ASS, also Aspirin in sich. Denn Aspirin, das habt ihr vielleicht mal gehört, wenn es um das Thema Präeklampsie oder auch Helpssyndrom geht, kann man tatsächlich in der Frühschwangerschaft einnehmen und zwar in einer niedrigen Dosierung. Und warum man das macht, das müsst ihr bitte in dem Video zur Präeklampsie oder zum Helpssyndrom nachlesen oder nachgucken. Denn da erkläre ich das, warum man in diesem Ausnahmefall auch mal Aspirin nehmen kann. Aber Schmerzmittel der Wahl, Paracetamol, Ibuprofen in den ersten zwei Schwangerschaftsdritteln. Und dann war es das erste Mal. Natürlich gibt es dann zum Beispiel später unter der Geburt noch Möglichkeit, da ein anderes Präparat hinzuzufügen, was so ein bisschen ein Opioid-Präparat ist. Das heißt, so einen richtigen Hammer. Das kann man unter der Geburt machen. Es gibt da auch die Möglichkeit, dass, wenn man so mittelstarke Schmerzen hat, das während der Schwangerschaft mit Cotein zum Beispiel wäre so ein Klassiker, auch zu kombinieren. Aber das ist wirklich etwas, wo ihr allerspätestens schon mal beim Arzt vorgesprochen haben müsst, um zu fragen, ist das soweit okay oder ist das eher nichts. Aber auch diese Möglichkeiten gibt es. Opioid-Präparate kommen vor allen Dingen unter Geburt häufiger zum Einsatz, um da ein bisschen die Schmerzen der Wehen zu lindern. Der zweite Klassiker, und hier hört es vielleicht auch an meiner Stimme, ich bin gerade betroffen, beziehungsweise bei mir ist es natürlich die schwer verlaufende und fast tödlich verlaufende Männergrippe. Aber so einen ganz normalen Schnupfen hat man über das ganze Jahr verteilt und auch Schwangere sind davor nicht gefeit. Und das ist natürlich der Griff immer zum Nasenspray, so der erste. Man möchte eine freie Nase haben, auch nachts gut schlafen können. Und da ist natürlich die Frage, darf ich jedes Nasenspray nehmen, ja oder nein? Und wenn ich schon so frage, dann natürlich nicht jedes Nasenspray. Und ich empfehle den Schwangeren immer erstmal anzufangen mit einem Nasenspray auf Meersalzebene, einfach um die Schleimhäute ein bisschen anzufeuchten, damit das schon so ein bisschen Linderung verschafft. Es gibt auch noch Nasensprays mit einem Wirkstoff, zum Beispiel Panthenol-Wirkstoff, den kann man auch bedenkenlos benutzen. Oder der Wirkstoff Oxymetazulin, da hat man auch gesehen, dass das in den ersten Schwangerschaftswochen nichts ausmacht. Hier ist aber so ein bisschen in Klammern zu setzen, dieser Wirkstoff kann potenziell die Gefäße der Mutter verengen und vor allen Dingen auch die Gefäße von der Gebärmutter und auch den Mutterkuchen verengen. Dann kann man sich vorstellen, das ist nicht die beste Idee, wenn man die Brutstätte des Embryos von der Blutzufa so ein bisschen abschottet. Deswegen sollte man dieses Medikament nicht überdosieren und das tut man normalerweise auch nicht mit so einem Nasenspray. Aber wenn man diesen Wirkstoff jetzt inflationär benutzen würde und wirklich die ganze Zeit nur da das Zeug reinpumpt in die Nase, dann könnte es sein, dass da der Embryo doch oder das Kind auch Schaden nehmen kann. Wenn wir so eine Erkältung jetzt weiterspinnen und da kommt jetzt noch wirklich so ein richtiger bakterieller Infekt mit dazu, dann ist natürlich die Frage groß, Antibiotika, ja oder nein? Darf ich das überhaupt, ja oder nein? Und hier ist es besonders wichtig, das zu hinterfragen. Denn es gibt wirklich Antibiotika, die böse Fehlbildungen machen können, die wirklich schädlich sind für den Feten, für den Embryo. Und da empfiehlt es sich absolut, das vorher rückzusprechen mit seinem zuständigen Gynäkologen oder seiner zuständigen Gynäkologin. Es gibt aber auch Antibiotika, die man bedenkenlos in der Schwangerschaft nehmen darf. Und das muss man halt vorher wissen. Zum Beispiel Cephalosporine. Viele von den Cephalosporinen darf man nehmen. Amoxicillin ist ja auch so ein Klassiker. Viele Penicillin darf man nehmen, aber eben nicht alles. Und hier gibt es wirklich nur eine diverse Auswahl von Medikamenten, die man nehmen darf. Und das müsst ihr definitiv rücksprechen mit eurem zuständigen Arzt oder zuständigen Ärztin. Aber unterm Strich muss man sagen, ja, Antibiotika dürfen gegeben werden, aber eben nach speziellen Kriterien. Der nächste Klassiker in der Schwangerschaft, da habe ich schon zwei, drei Videos zugedreht, ist die Schwangerschaftsübelkeit, die Hyperemesis. Und das ist natürlich etwas sehr lästiges, wo man auf jeden Fall immer versucht, das irgendwie in den Griff zu bekommen und sagt, jetzt brauche ich irgendwas. Ich komme wirklich nicht mehr zurecht mit dieser ständigen Übelkeit. Und auch hier empfiehlt es sich natürlich erstmal mit konservativen Maßnahmen, es zu probieren. Ob es jetzt der Ingwer-Tee ist oder dieser kleinen Akupressurbänder, Akupunktur, kleine Mahlzeiten essen. Da gibt es ja auch Haufen von Alternativpräparaten, die man nehmen kann, um es zu probieren, in den Griff zu bekommen. Wie gesagt, schaut euch mal meine zwei, drei Videos dazu an. Ich verlinke sie euch einfach mal unten. Dann könnt ihr erst mal so zurande kommen. Und wenn es dann gar nicht klappt, dann kann man zu Medikamenten greifen. Und auch hier gibt es Medikamente, die man gut nehmen kann, die auch gut wirken. Aber es gibt auch Medikamente gegen Übelkeit, die potenziell schädigend sind für das Kind. Und hier empfiehlt es sich auch auf jeden Fall rückzusprechen mit der Ärztin oder mit dem Arzt. Was immer so im Raum schwebt, ist dieses Womex. Womex hat irgendjemand schon mal gehört. Reiseübelkeit, zack, Womex rein, ist schon wieder besser. Schwangerschaftsübelkeit, Womex rein und ist besser. Also das ist wohl ein Medikament, was man gut einnehmen kann, was auch gut wirkt. Und das stimmt auch. Aber es ist nicht das einzige Medikament. In den Videos erzähle ich auch so ein bisschen zu Alternativpräparaten, was es sonst noch so gibt, was es vielleicht auch gar nicht mehr in Deutschland käuflich zu erwerben gibt, obwohl es relativ gut wirkt. Also da empfiehlt es sich tatsächlich auch mal reinzugucken, wenn du von Schwangerschaftsübelkeit geplagt bist. Unterm Strich, und da kommen wir schon zum Ende dieses Videos, aber noch nicht abschalten, denn jetzt kommt wirklich eine super, super wichtige Information, beziehungsweise eine sehr, sehr gute Seite, wo wir Ärzte oder wo alle Ärzte und Gynäkologen auch immer wieder drauf schauen. Das ist Embryotox.de. Das ist von der Charité Berlin, also der Universität Berlin und auch vom Deutschen Gesundheitsministerium unterstützte Seite, die quasi mit offenen Spendengeldern Daten sammelt, Studien sammelt zu fast allen Medikamenten, die es so gibt und sagt uns ganz genau mit so einem Ampelsystem, dieses Medikament darf ich in der Schwangerschaft komplett nehmen, ja, darf ich in der Stillzeit komplett nehmen, ja oder nein. Also diese Seite empfiehlt es sich absolut, wenn du jetzt zum Beispiel chronisch Medikamente einnimmst oder auch jetzt sagst, jetzt habe ich Schmerzen, was kann ich denn da nehmen, da haben die das super gegliedert. Auf ihrer Website kannst du einfach eingeben bei Beschwerden, sagst du Schmerzen und dann wird dir aufgelistet, was du alles nehmen kannst, darfst und sollst. Das Ampelsystem ist extrem hilfreich auch für uns, um einfach mal schnell zu gucken, wenn jetzt eine Frau kommt mit einer ganz speziellen Erkrankung, die nimmt da ganz spezielle Medikamente, dann gucken wir da ganz schnell, es ist ein grünes Lichtlein bei Schwangerschaft im ersten, zweiten und dritten Trimmunion und sagen, okay, das Medikament dürfen sie weiternehmen. Es geht sogar so weit, dass wir da oft auch mal anrufen, wenn da jetzt zum Beispiel ein Medikament nicht aufgelistet ist und die haben trotzdem eine riesige Datenbank und sagen uns da ganz genau, ist im Zweifelsfall zu erwägen oder sagen ganz klar, nein, das dürft ihr auf keinen Fall nehmen. Eine super Seite, nicht nur für uns Ärzte, sondern auch für euch, ihr könnt da genauso drauf zugreifen und gucken, ist auch keine Werbung, ich werde dafür nicht bezahlt, sondern die, wenn ihr spenden wollt, spendet denen gerne was, machen das wirklich sehr, sehr gut und professionell. Eine super Seite. Gut, das war es zu diesem Thema. Es gibt natürlich noch zahlreiche mehr Symptome, Erkrankungen, ach, da gibt es eine Vielzahl von Dingen, wo man sagt, okay, wie ist es denn mit dem und dem Medikament? Ich kann natürlich heute nicht alle aufzählen, aber das sind so, glaube ich, die drei, vier Klassiker in der Schwangerschaft, die einen treffen können, ob es jetzt die Schmerzen sind, die Männerkribbe oder aber auch die Übelkeit. Da muss man einfach schauen, dass man die richtigen Medikamente nimmt und im besten Falle gar keine braucht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert diesen Kanal, schaut auch mal bei Instagram vorbei und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.